Moin the Pamarillos, mein Name ist Sonic, ihr seid hier auf meinem Rapsplay-Kanal und wir spielen jetzt mal die Kinetikrüstung frei. Freischalten und ausrüsten, dann gehen wir mal in den Klasseneditor, denn da habe ich was für meine Manowar freigespielt. Und zwar machen wir erstmal das Visier dran, dann machen wir, was haben wir denn hier? Reduziert der Rückstoß beim Zielen per Zielvorrichtung. Schnell ziehen und dann machen wir hier den Griff dran. Dann haben wir ein bisschen weniger Rückstoß und damit sind alle zufrieden. Alles klar, Spiel suchen, Standard und los. Dim, 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 dim. So, ich weiß, ich habe am Anfang gesagt, ich mache nur fünf Folgen, das ist die sechste Folge, aber ich will euch möglichst alle Klassen noch zeigen. Je nachdem, wenn das nicht zu lange dauert, die anderen noch frei zu spielen. So, und jetzt geht es hier los. Wir haben jetzt eine Kinetikrüstung. Was auch immer die mir bringt. Oh, da hinten wird geballert. Da sehe ich Tote. Du, Assi. Der Assi, der wollte mich töten. Oh, ich hätte noch zielen sollen. Das wäre besser gewesen. Gibt es auch einen Dunkelstorm? So, mal kurz hier hochgehüpft. Warum steht hier eigentlich ein Zelt? Wird ich satt? Ein Zelt in einem Haus. Oh, Mann, ich habe Angst. Achtung, feindliche Schwebeladung gesichtet. Da ist ja jemand, da ist jemand. Äh. Von hinten. Sie kamen. Von hinten. Oh, der, oh Gott, den habe ich gar nicht gesehen. Boah, der stand voll im Schatten. Alter, den habe ich nicht gesehen. Er scheint aber nicht mehr da zu sein. Alter, da ist der geplatzt. Falls denn jemand looten will, stirbt er jetzt. Oh. So, jetzt habe ich die Kinetikrüstung. Die werde ich gleich mal ausprobieren, bevor ich in den Kampf gehe. Und zwar... Verbündeter Zerboros unterwegs. Zerboros. Ich drücke jetzt einfach mal, okay? Oder gleich. Moment. Jetzt. Coole Rüstung auf jeden Fall. Das war's schon. Der ist erledigt. Dab, 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 dab. Der, das war doch eine Sie, oder? Oh, der hat mich gehört. Oder mich auf dem Radar gesehen. Das kann auch sein. Schwebeladung eingesetzt. Ja, ich weiß nicht. Kinetikrüstung finde ich nicht so gut, weil da muss ich ja immer wissen, äh, wann ich gegen jemanden kämpfe. Ne? Verbündete Drohne näherst du. Das gibt's doch nicht. Ich bin der schlechteste Controller- Call-of-Duty-Spieler der Welt. Och. Okay. Da ist jemand. Dann mal hier hoch. Okay. Okay, hier stelle ich mich nicht mehr hin. Den Kerl da hinten treffe ich nicht. Hier, kannst du da hingehen. Geh da ruhig hin. Lass mich abknallen. Was geht hier? Oh, 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 oh. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Ich hab, ich hab Angst. Wenn ich da einen sehe, knallen ab. Ist da noch einer drin? Ich hab Angst. Oh ja, das bringt aber sehr viel, die Kinetikrüstung. Mensch. Richtig toll. Ich nehm gleich wieder was anderes. Ich nehm gleich wieder den Noob-Typ. Die war wenigstens cool. Wo ist der? Überwachung abgeschossen. Okay. Oh, ich hab voll verrissen am Anfang. Übel. Aua. Wir sind mit unseren Zielen gescheitert. Bereithalten für eine neue Aufgabe. Strengt euch ab. Strengt euch jetzt mal an. Los. Granate. Alter. Juhu. Das geht ab. Richtig gut. Ja. Nein zu acht. Also an mir lag's nicht, dass wir verloren haben. Ne? Bip, bip. So. Ich geh zu den Spezialisten und ich hätt gern die Kriegsmaschine wieder. Die fand ich nämlich bis jetzt am coolsten. So. Dann würde ich gerne Combine spielen. Dann warten wir noch 20 Sekündchen. Da geht's direkt weiter. Mit diesem illustren Spiel. Ja, macht ja schon Spaß, ne? Aber mit Maus und Tastatur, das wär schon um einiges geiler. Mich juckt's schon immer in der rechten Hand, wenn ich dann... Ich will ja mal mit dem Zeigefinger abdrücken. Also, man drückt ja hier auch mit dem Zeigefinger ab, aber hier muss ich mit dem Daumen lenken und nicht mit der ganzen Hand. Da ist schon, äh... Ist schon blöd. Aber naja. Vielleicht gewöhne ich mich ja noch ein bisschen dran. Viele Let's Plays wird's auch nicht... Sowieso jetzt nicht mehr geben von dem Spiel. Der größte Teil ist gegessen. Würde ich mal sagen. Weiß nicht, wie viele Charaktere da kommen. Ne, hier dieser Ragnar Lodbrok kommt auf jeden Fall noch. Die anderen beiden, die hier sind... Ah, ne, und da kommt noch einer. Noch zwei. Noch zwei. Also muss ich noch vier Level quasi steigen. Jetzt lege ich hier mal richtig los. Vier Level muss ich noch steigen. Okay, dann schieße ich mal nach eigenem Ermessen. Oh, was ist das? Achso. Ich dachte gerade... Ich dachte gerade, was schießt sie mich dann mit so komischem blauen Zeug ab? Aber das war nur die Wand von hinten. Die kamen... Alter, wie können die so schießen? Unglaublich. Aber die hatte dieselbe Waffe wie ich, nur... in anders. Ich glaube mit Schnellfeuer oder so kann das sein. Da läuft doch jemand drin rum. Mein Gott! Feindliche Drohne gesichert. Knallt ihn ab! Ich will ein Assist. Danke. Okay. Feindliche Flebeladung im Operationsgebiet. Feindliche Flebeladung im Operationsgebiet. Den billig! Oh man! Oh! So ein Mist. War gar nicht so unknapp. Fast hätte ich den bekommen. Au, 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 au! Wo kam das denn her? Nemesis? Ist der unsichtbar gewesen? Zeig nicht, das kann man sich unsichtbar machen. Schnell da rein. Oh Mann, noch ein... Oh, danke. Alter, ihr kracht da alles ein. Hab ich das Gefühl. Battery. Battery. Da hab ich dich ausgeknippst. Die Sensoren erfassen das Ziel. Sauberer Treffer. Halbzeit. Abschuss. Drohnentreibstoffkontrolle abgeschüttet. Feindliche Drohne nähert sich. Feindlichen Observierer erlädigt. Drohne bereit für Befehle. Noch irgendwas? Die Sensoren erfassen das Ziel. Ah! Oh, scheiße. Drohnen Prioritätsanforderungen erhalten. Umleitung erledigt. Achtung. Feindliche Schwebeladung gesichtet. Drohnen Missionszeit bei 50% analysiert. Wenn da einer hochkommt, klall ich ihn ab. Was ist das denn? Aua! Was für... Baby? Was für ein Gerät. Oh! Ja, ich bin wieder als erstes dran. Alter, die Raketen. Also ein paar Sachen macht das Spiel schon richtig gut. Abgeschossen. So. Da drüben sichern. Als könnt ihr mit dem scheiß Jetpack nicht da runterspringen. Das ist alles eine große Lüge, dieses Spiel. Fliegt ja Häuser hoch und alles, aber kann hier nicht runterspringen um dem Ding. Fliegt ja Häuser hoch und alles, aber kann hier nicht runterspringen. Rein da. Keiner hier. Abgeschossen. Da sind ja Quallen im Aquarium. Quali, quali, quali. Ich hab sie grad gehört, aber zu spät. Wo gehen die denn lang? Wo soll ich denn jetzt lang gehen? Artillerie-Batterie zerstört. Oh. Hat die alle drei... Ne. Zwei hat sie erwischt. Ich wollt grad sagen, die hat alle drei abgeknallt. Manche Leute sind echt übel mit dem Controller. Oh scheiße, wo werf ich denn hin? Man kann die gar nicht so weit werfen. Feindlichen Observierer erledigt. Feindliche Schwebeladung im Operationsgebiet. Äh, okay. Drohne-Bereit. Komm, machen wir die doch mal an. Battery-Erbittet-Drohne. Oh, ich wollte auch noch... bei der Arbeit. Wunderbar. Mit meiner... YouTube-Schießen. Was? Vorbei? Jetzt schon? Jetzt schon, ja. Hab ich mich auch gerade gefragt. Klein-Golden-K... Huch, da war ja wer. Ist klar, Alter. Bah, braunes Blut? Äh, ich bin der Erster? Geil. Sogar am zweithöchsten von der Quote. Ja, fett. Fett, 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 fett. So, die letzte Runde für mich heute. Da muss ich mal ein paar Videos schneiden. Guck mal, da haben wir doch ein Freischalt-Token. Dann ist also die nächste Folge wieder gesichert. Wir haben Level 12 erreicht. Gibt's irgendwas Cooles? Nee. IVEC will ich gerne nochmal spielen. Ich stimme für IVEC. Was haben wir denn hier bei Punkteserien? Vorräte. Wat? Schwebeladung. Ferngesteuerte Sprengvorrichtung mit Schwebefähigkeit, die auch schubgesteuerte Sprünge machen und vertikalen Oberflächen fahren kann. Aha. Okay, Vorräte wirft eine zufällige Punkteserie ab. Die kennen wir doch. Ja, aber da will ich jetzt meine Punkte nicht für versauern. Die sehen wir ja von den Gegnern. Guck mal, das eine ist gesperrt. Das ist bestimmt Atombomber. Mutterschiff klingt ja schon mal geil, ne? Hm. Geist. Raps. Die fettesten Raps. Wir sind hier auf Raps Play. Das passt auch super. Dart. Na gut. So, was haben wir denn? Kriegsmaschine. Zwei mit der Kriegsmaschine. Okay. Einem Zeitsprung. Team Deathmatch. So. Bereit für etwas Rauch zu sorgen. Ja. Ich bin bereit. Ich bin in Form. Ich bin bereit. Ja, ganz enorm. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und los. Bang, bang. Alter, der Penner, der hat mich da... Geh langsam. Sind die alle tote? Wo ist er denn hin? Er wurde mir angezeigt, aber ich sehe ihn nicht mehr. Also hier, das ist die coolste Map bisher. Oh, der ist doch nicht wahr. Okay. War ein Headshot. Dark Blizzard. Gegen Dark Sonic. Okay. Der dunkle Schneesturm gegen den dunklen Schall. Oh. Königsmörder. Ich hab dich gesehen. Überwachung abgeschossen. Ich bin am Laden. Sauberer Treffer. Du Sack. Ich hab doch... Ja, ich wollte gerade sagen, ich hab noch eine Nate runtergeworfen. Hoffentlich stirbst du jetzt. Rächer, so. Der dunkle Rächer bin ich. Oh, wie schlecht von mir. Meine Güte. Ich seh keinen. Da, 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 da kommt jetzt... Oh, oh, oh. Oh, jetzt hab ich, jetzt hab ich meine Noob Tube. Jetzt passt mal auf, meine Freunde. Outrider ausgeschaltet. Scheiße, ich konnte... Ja. Ich hab ihn doch erwischt. Ich konnte nicht so hoch irgendwie, also... Ich hätte höher zielen müssen. Ich will mein 5.1-HZ... Oh, ich dachte gerade. Okay, der ist tot. Zieh doch aber nicht! Oh, ich... Oh, ich hätte auch den anderen schießen sollen. Verdammt. Schnell da hoch. Geh in Position. Oh! Der Dark Blizzard, was hat der für eine Waffe? Alter, die pumpt ja übelst rein. Die brauche ich auch. Sah aus wie ein bisschen wie eine AK. Nur ein bisschen grauer irgendwie. Oh, dann gehen wir mal hier durch. Oh ja, komm, da hätt ich mal mindestens ein paar Treffer für kriegen müssen. Oh, ich hasse das, wenn zwei da sind. Feindliche Schwebeladung im Operationsgebiet. Achtung! Feindliche Drohne nähert sich. Feindliche Drohne gesichtet. Ich wollte doch sagen, da läuft doch einer da unten lang. Oh, 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 oh. Das war aber schlecht von der. Die hat aber lang geschossen. Überwachung abgeschossen. Alter, mit was schießt der denn da? Das ist natürlich auch geil. Feindliche Hellstorm unterwegs. Alter! Das war ich. Achtung! Feindliche Drohne nähert sich. Ey, der Kerl. Der kriegt sie jetzt von mir. Ey, mit was schießen die denn da? Schade, dass da nicht die, äh, die Waffe steht. Mit welcher, die mich kennt. Also das ist nur das Bildchen, aber damit kann ich ja jetzt nichts anfangen. Hiervon hängt zu viel ab. Einsatz. Was hängt denn hiervon ab? Boah. Wo sind die denn alle? Feindliche Drohne nähert sich. Oh, ich hab den einen gehört. Dreh mich um, dann steht da ein anderer. Das ist doch immer so. Oh, verloren. Gar nicht, war echt ein Fehlschlag. Uff. Ne. Nein. Dreh mich selber an. So. Ja, bla bla bla. Oh, guck mal, was gibt's denn hier? Guck mal, mein Ping. Paketverlust 0%. Aha. 16er Ping, 66 Ping. Alter, was geht denn hier ab? Na gut, der lädt ja jetzt hier auch so, ne? Seid der gut zu funktionieren. Optionen. Stumm schalten. Oh, ich weiß nicht. Netzwerk. Was hab ich denn jetzt gedrückt? Egal, ich mach's aus. Danke fürs Zuschauen, Leute. Und ansonsten, ja. Nächste Folge geht's dann halt weiter. Hier geht's weiter. Und schnell raus. Und stay pam. Ciao. Tschau. Anzug. Bitte markiere meine Feinde, denn danach kann zu schnell das Abonnierenfenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar. Denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nix verpasst. Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch. Trete, schick den Kommentar. Denn das heilt und es spart Leben. Für mehr Energie müsst ihr nur Daumen hoch. Drück in Dämmern Highscore. Kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungsbrot.